Ja, willkommen zum neuen Video. Das wird jetzt ein bisschen anderes Video. Diesmal leider kein Fischen und zwar gerade ist ja eine ziemlich schlechte Corona-Lage, sage ich mal. Die Zahlen steigen und überall ist jetzt auch wieder sozusagen ein Shutdown. So Leute, wir wollen ja natürlich alle mit unserer Familie die Weihnachten feiern. Dazu müssen wir die Kontakte aus Weitmix wie möglich zu minimieren. Das machen wir natürlich auch. Ja, wir probieren ab 2021, wenn es mit der Corona-Lage eben geht, hier regelmäßig Videos zu bringen. Jetzt probieren wir erstmal jede zweite Woche ein Video zu bringen. Wenn das nicht ganz klappt, ja, dann kommt es vielleicht einen Tag später oder so. Wir müssen gucken. Wir probieren es auf jeden Fall. Wir hoffen natürlich, dass es euch trotzdem gefällt, unser Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.